Willkommen zurück zu Tales of Cesturia. Ich bin euer Shoninja und wir haben in der letzten Folge in Logren an dem Geschichtenstein Monolithen gestanden und uns die Vergangenheit aus der Chaoszeit angeguckt und wissen jetzt, was passiert ist. Wir müssen als nächstes mit Maven reden. Du bist zurück. Was machst du hier? Oh, ich wollte nur sicher, dass Monolith nicht deine Gedanken bekommen hat. Keiner involviert wurde völlig falsch. Aber keiner war wirklich richtig. Ein Wichtiges Verständnis zu lesen. Siree, wir hören uns... Meine Antwort ist, dass ich zu Heldolf schützen will. Das Schöpfchen ist nicht nur für den Lord der Kalamität, oder sogar für den vorherigen Schöpfchen... Wenn Malevolenz konsumiert Seraphim und sie in Hellion. Und wenn es eine Missforschung und Griefe zu Menschen bringt, wir sagen, dass sie nur sie selbst haben. Das ist nicht fair. So, das ist... Ich weiß nicht, ob es sich als ein. Es gibt Menschen, wie Heldol. Er hat nur einen Teil in einer Kastung von Terror. Ich will nicht sagen, dass du nicht mit ihm sympathierst. Aber ich will sagen, es würde mich als Bizarre komplett um ihn auf den Hügel für die Hörer, die er in so eine friedliche Wille gebracht hat. Und was er versucht, jetzt ist es noch nicht verletzt, richtig? Absolut. Es ist falsch. Period. Aber wenn ich so, würden Sie diese Menschen schützen? Wenn ich nicht schützen Menschen wie Heldol. Die haben Hellion-Hut auf sie, ich will nie sehen Menschen. Ich verstehe. Sie sind wirklich ein Idiot. Ja, Seraphim ist Seraphim. Das stimmt. Er kann nicht jemanden sein, sogar... So, Mr. Teller, ist das, was du recherchst? Für so ein Mann, enden seine Leidung ist der einzige Weg. Du verstehst? Geh er seine Leben? Ich würde es erwarten. Seraphim, kannst du diesen Bedürfnis tragen? Ja. Das, noch mehr als deine Antwort... Right. Was wichtig ist jetzt, ob du... Oder ob du wirklich glaubst in deine Antwort. Oder ob du wirklich glaubst, was passiert ist. Warte, hast du ihm gefragt, dass er seine Determination in der Zeit... Aber ganz ehrlich gesagt, ja. In order for zu verraten jemanden, der sich in Zeit verraten... Die Bonds der Striebe... Verraten jemanden, der sich in Zeit verraten... Du verstehst, wie sie verraten die Bonds der Striebe... So, eternal Loneliness ist ein Kurs, wie du sagst. Old man. Jetzt, Mann, schau! Mhm. Don't hold back! I certainly won't. But, even if there is a way to sever the Bonds of strength... And if we were to actually use it... Then, what would happen to you? Do you see why it is you waver? Settle this, Shepard! Do not let me... Okay, aber passiert gar nicht genau. Miss Bioma! Murgow! Ruminium Crescent! Burning Shards! Purgatory of Flames! Keep your wind shining for her! You're in the light! Murgow! My man in Ancient Nova! This flame! This flame! You're a plane of fire! Burning Shards! Purgatory of Flames! Murgow! Yeah! Burn! Burning Shards! A clear flames! I'm a man with Claire! Fade, damit habe ich ihn jetzt gerade... ...direkt aus dem Kamehameha von Mikio rausgeschlagen. Ruminium Crescent! Burn away! Dating Flames! Fünf Kräuter! Ruminium Crescent! Burn away! Purgatory of Flames! May your knowledge speak for me! Aber bisher ist der Kampf echt easy. Ruminium Crescent! Breakthrough! Burning Shards! Purgatory of Flames! Purgatory of Flames! Ruin! Burn away! Purgatory of Flames! Ruminium Crescent! Burning Shards! Crap! Breakthrough! 6-8-2 Nova! Breakthrough! Burning Shards! Tower of Flames! Ruminium Crescent! Und 5-8 hat er noch. Also entweder hat er super wenig Schaden gemacht oder ich wurde gerade wieder geheilt. 1.600. 500. 1.500. 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 2.500. 1.500. Wenn du das ein Wurs machst, dann werde ich es enden. Show me! Nicht nur mit Worten, sondern mit dem spiriten von Glauben! Ich werde es enden! Luminous neighbor! Es ist schuldig, Lila. Schade, es sieht aus wie sie noch nicht verstehen. Also, es war alles... Nein, nur ein bisschen... Selbst wenn sie ihre eigene Hilfe verletten, selbst wenn sie für eine Falle verletzten, selbst wenn sie schiefen, um zu leaden, Sarei und seine Kumpanien haben immer wieder geholfen, nicht zu verlieren, wissen Sie Angst, aber nicht die Malevolenz. Sie kamen all diese Weise, um zu sterben... Du bist wirklich etwas. Nichts. Ich liebe keine Regenungen. Und ich liebe sie auch nicht zu anderen Leuten. Sarei, Rose, bist du verletziert oder was? Gehen gegen Hellions ist bereits Leben oder Todes. Es sollte dich nicht neu sein. Edna... Es ist wie sie gesagt, Rose, Sarei. Erinnerst du, was ich dir gesagt habe? Ich habe nicht all diese Richtung, nur um eine Verletzung zu sein. Ich... muss ich es wieder sagen? Wenn der Shepard Sarei wirklich in seine Antwort glaubt, dann sicherlich... Dann zeig uns! Zeig uns! Sarei! Jeder! Du hast gute Freunde. Verdammt recht. Aber er hat ja keinen Schuss mehr. Komm! Komm an mich! Komm, Wack! Und wieder! Komm! Und wieder! Boose, Raffelet! Geh riesig! Nicht einfach schlast' dich vor! Da rein! Maven! Das ist... ... die Antwort! Er hat nichts gesehen. Du bist auch ein Idiot. Du bist nicht falsch. Was ist passiert? Komm schon! Es ist weil ich die Tätigkeit verabschiede. Wenn die User verabschiede die Verabschiede, die Speziale ist verabschiedet worden. Du solltest uns gesagt haben. Bitte. Keine Lila. Sie... Und es war meine... Ich glaube auch. Ich habe meine Antworten. Und für ihre Sache, ich werde nicht überlegen, was muss gemacht werden. So wird es sein. Es ist Zeit. Ich versuche. Ich werde nie vergessen, was du mir gesagt hast, Maven. Und ich werde es auch anderen教en. Sirei... Ich werde das nicht überlegen. Hm. Ich gehe! Ke Camlon? Ja. Maltellis muss noch da sein. Wir müssen Elysia erst ansehen. Da muss eine Straße sein, um zu Camlon zu führen. Wir haben Gramps gesehen, als die Stadt zu fallen. Oh, das macht Sinn. Also, Camlon war nahe mit Elysia. Sehr sicher. Das ist mit der Idee, dass es eine strategisch wichtigste Ort für Highland ist. Ja, gut. Aber es sieht mir aus, wie die Straße nach Camlon. Ja, von meiner Mutter. Du kannst es grünen. Ich habe gesagt, ich werde nicht grünen. Es sieht aus, dass es das letzte Be- Let's end das. Right! Sechzehn Rang. Kein Gold und keine Erfahrung. Roter Iris-Stein. Jetzt haben wir alle. Hörten, Kleidung, Prüfung erhalten. Rächt Ausgarn. Hey, das passt schon. Tricks breadth wird anzufangenen. Also ist es important. Wollen wir uns mal angucken. Okay, da ist auf jeden Fall Musik dahinter, also ändert sich was im Kampf. So, ändern wir mal ein bisschen wieder was am Stil, haben wir schon lange nicht. Oh Gott. Komm machen wir das mal. Das passt natürlich. Jetzt hat jeder hier irgendwas mit Musik. Ach krass, voll ein Dazzle. Oh nein, bloß nicht das. Na gut. Und ähm... Okay. 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 Da hinten ist auf jeden Fall wieder was. Geht nach Elysia heißt das jetzt. Okay. 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 Jetzt kann ich auch die roten. Wollen... Weil wir davon ja jetzt alle hatten. Das kannten wir ja. Okay. Okay. Deswegen ist jetzt das Symbol auch noch da gewesen. So, was sagt sie dann? Ach, alle anderen Sachen sind weg. Mhm. Das ist die Frage aber wo? Oh. Was nach Elysia sollten wir als nächstes... Da darf ich nicht so hin. Da darf ich auch nicht so hin. Kann ich mich hier nicht teleportieren? Was ist da los? Ich darf nur ins Havgottmo und ins nächste Gebiet. Das verstehe ich gerade nicht. Hm. Aber wir sind eh über der Zeit. Deswegen mache ich erstmal eine kleine Pause an. Wir sehen uns dann gleich wieder. Tschüss.